Ach du Scheisse! Ja, ich komme! Was ist hier passiert? Ich habe so keine Lust darauf. Leute, ich komme hinein! Gerne. Darf ich es dokumentieren? Ich habe ein bisschen Schrauben auf deine Hände. Es ist immer schwer, dass du dich selbst selbst verletztest. Du musst es zu lange verletzen, und du kannst du etwas, was du wirst. Nein. Du hast es verloren. Es ist zu gut für uns. Du denkst, dass du anders bist? Es ist etwas Besonderes? Nein. Es gibt keine Schrauben hier. Jetzt! Geht die F*** aus hier, bevor ich meine Meinung verletze. Okay. Ähm... Danke, dass ihr mich gehen lässt. Das finde ich echt nett von euch. Ich lasse euch mal, äh... Eure... Ah! Oh! No! Ich will nicht! Ich will nicht! Ich will nicht! Verpiss dich! Alter, das fängt schon gut an. Wir werden hier raus, durch die Sektion. Und dann Merck Tactical fängt es. Wenn sie hier in Zeit kommen... Wir brauchen Hilfe jetzt! Wenn wir sie auf der Radion kommen, dann gibt es ein Schrauben hier. Wir wissen nicht, ob die Radion funktioniert. Es ist eine Schrauben. Wenn die Präzion hat Elektronik, dann haben sie ein Signal. Und die Lichter sind auf! Merckhoff hat keine Kontrolle. Ja, ich habe erinnert. Wir müssen auf der Radion kommen. Außerhalb nicht ohne Außerung. Ihr seid zu tun. Ihr seid scheiß all die Schrauben. Die Merck-Lock-Komm-Amp-Amb-Rolle! Ich bin ein Lied-Haut. Es ist zu lange zu bleiben, dass! Es ist zu lange! Du bist nicht auf den Stump. Du bist zu denken. Du musst ganz ehrlich sein. Du kannst es nach IV anilanziieren. Du kannst. Ich werde dir einen neuen Zeitpunkt werfen. Zu deinem Angst. Du hast mich gerecht. Ja. Ich habe keine gute Erinnerung an das Gefängnis. Ein Funkgerät im Gefängnis. Es gibt ein Funkgerät im Gefängnis. Kurzwelle. Sollte es Saft haben, dann bringe ich es zum Laufen. Dann wird es für mich arbeiten. Es gibt Hoffnung, Lisa. Ich komme zu dir nach Hause. Mein Fehler lag in der Subtilität, wie du schon immer gesagt hast. Ich dachte, wenn ich ein paar Informationen an Journalisten durchsicken lasse, dann wäre es sicher. Ich wollte nicht im Mittelpunkt stehen. Die ganze Aufmerksamkeit haben. Murkhoff ist gefährlich. Das weiss ich. Ich dachte, ich versuche es mit Subtilität um deine Seilens, Lisa und für die Jungs. Aber ich hätte Murkhoff losstehen sollen. Zeigen sollen, was sie der Welt antun. Ich hätte es jedem und allen zuschreien sollen. Ich kann nicht stören. Nicht bevor ich das Funkgerät erreiche. Sie können es jetzt nicht mehr vertuschen. Es ist kaputt. Zu gefährlich. Ja, dann. Ab ins Gefängnis. Ich habe keine Lust. Diese Lüftungsschichte. Ich hasse sie. Irgendwann fällt man hier wieder herunter. Hallo. Bist du nett? So kann ich mich eigentlich nicht ducken. Das ist komisch. okay man sollte sich gar nicht drücken können und wieso ist das komisch soll ich muss nicht kurz umstände spiel 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 ja gut wir sehen uns gleich wieder technische schwierigkeiten immer das beste herzlich willkommen ich bin jens aus der zukunft beim aufnehmen von outlast gab es leider ein kleines problem nachdem ich dir die auflösung umgestellt habe ob es einfach mal gedacht ich zumal in das bild hinein und welche die auflösung in ob es selbst von daher hat man dann nur zwei drittel des bildschirms gesehen und ich dachte ich lasse es eigentlich so ich habe das ganze schon gerendert und auf youtube hochgeladen aber irgendwie ja ich finde es doch einfach bloß es ist nicht so meine es ist nicht so meine qualität es ist nicht so mein qualitätsanspruch von daher muss ich jetzt leider halt nochmals eine stunde aufnehmen schieße mich echt an ich habe keine bock kein bock mehr auf outlast aber gut ich hoffe mal ich komme hier jetzt schnell durch und äh möglicherweise weiß ich jetzt vielleicht schon wo einige jumpscares sind vielleicht schrecke ich mich ja trotzdem noch ähm du kannst sonst gerne mitkommen ne oder auch nicht ich schließe die tür bye bye ähm ich muss wissen was ich das ganze aufgenommen habe war nacht jedes tag deshalb bin ich vielleicht etwas heller oder dunkler keine ahnung ähm ja auf jeden fall vielleicht auch etwas weniger gruselig sagte er und hatte gerade Angst ich bin ��ig er in hat er gedacht auf war ich bin ich bin Bild er das Jaant. Jaant somit. Herzlich Willkommen, ich bin Jens aus der Zukunft, beim Aufnehmen gab es ein kleines Problem mit Outlast, nachdem ich hier die Auflösung umgestellt habe, dachte sich OBS einfach mal so, ja gut, ich scheiß mal auf deine Meinung und endet die Auflösung auch bei OBS selbst und dabei hat sich die Auflösung zerschossen und hat bloß noch ein 2 Drittel des Bildschirms gesehen, also sprich das Bild wurde hineingezoomt, ist etwas doof gelaufen, ich habe das irgendwie erst nach einer Stunde realisiert, auch doof und das ganze habe ich eigentlich auch schon gerendert und hochgeladen, aber beim Beschreiben der Folgen und so weiter, fand ich es dann doch irgendwie zu doof, es ist einfach nicht mein Anspruch genügend und äh ja, jetzt muss ich halt nochmals eine Stunde aufnehmen, auf das ich gar keine Lust habe, ja Outlast und Ds sind keine Freunde, sieht man ja auch bei OBS schon. kann natürlich jetzt sein, dass ich manche Jumpscares schon kenne oder weiss, wo was möglicherweise passieren wird oder wo ich lang muss, bitte entschuldigt das, na Spacko, ähm ja, und äh, es ist dazu gesagt, das ganze nehme ich jetzt bei Tag auf statt bei Nacht, vielleicht auch nochmal etwas weniger gruselig und ja, jetzt muss ich mich halt nochmals eine Stunde hier durchkämpfen, doof, aber kann man hinten, ja gut, ist alles ok, ist alles gut, wird alles gut, was muss ich eigentlich machen, ich klang zum Funkgerät im Gefängnis, okay, die Tür ist zu, ich glaub von da kommen wir gerade, hier geht's nicht lang, was passiert da? oh, ja, gut, der schläft wohl ist klar, aus dem Doktor wird ein Patient aber ich helfe dir mal aber ich helfe dir mal aber ich helfe dir mal crazy, crazy, crazy die Ärzte sind krank ich habe noch nie einen Mann sterben sehen, habe noch nie einen toten Körper außerhalb eines Tages gesehen, Dutzende heute, ermordet oder schlimmer, ich habe einen Mann in die Augen geschaut, als ein anderer ihn stücker ist, bisschen übertrieben, aber gut, behauptete er sei ein Arzt, doch dann sah er die Fetzen, in die sie mich gesteckt haben und änderte seine Geschichte, sagte er sei ein Patient, er hätte entweder oder sein können, sie sind alle verrückt, alle krank, es gibt keine richtigen Unterschiede zwischen ihnen mehr, die Therapie breitet sich aus, und was bin ich? ich sah dem Mann beim sterben zu, und dachte nur, ich bin es nicht, Gott sei Dank ich weiß, ich sterbe irgendwann, ich will nicht ermordet werden wer das möchte niemand, ich habe die Tür nicht geschlossen was ist los? Junge, was ist los? ich hasse die Musik oh shit, das war der Wallrider lass mich, no, lass mich wirklich? du bist auf dem Arschloch ich wollte doch mitkommen ja kannst du laut sagen oder seufzen Rücktritt aufgrund mentaler Gesundheit CC 8 8 2 0 8 Mrs. Grant es ist möglich, dass sie in den nächsten Wochen von einer Mrs. Lisa Park aus Liedeile CO keine Ahnung kontaktiert werden welche um einige Informationen über den Rücktritt und die Einweisung ihres Ehemanns zu wailen bitten wird das sind glaube ich wir in diesem Fall leiten sie bitte diese an mich persönlich weiter Mr. Park vorheriger Beratervertrag 8 2 0 8 trat aufgrund einer bisher nicht diagnostizierten psychischen Erkrankung zurück ich habe Miss Lisa Park und ihre Söhne persönlich besucht und habe ihnen diese Informationen mitgeteilt natürlich mit dem Hoffnungsschimmer dass Murkoff Psychiatric grosszügigerweise die Behandlung übernimmt Mrs. Park hatte einige wenige freundliche Worte über mich und über die Murkoff Cooperation zu sagen und ich versicherte ihr dass sie mit einer Handlungsvollmacht die Diagnose des Arztes die Krankheit ihres Mannes betreffend anfechten könne würde dann allerdings aufgedeckt werden dass er unter Vorspiegelung falsche Tatsachen zurückgetreten sei dann würde die Krankenversicherung aufgehoben und die Familie müsste sich mit einer nicht zu verachtenden Summe Schulden auseinandersetzen ich hoffe sie hat verstanden sollte sie allerdings darauf bestehen seiner Plage zu werden oder sollte sie versuchen mich zu umgehen lassen sie es mich bitte wissen ich möchte mich um diesen Fall persönlich kümmern MFG Jeremy Blair Jeremy Blair gut sie haben also unsere Frau fast schon bedroht oder besser gesagt ähm ja einfach angedroht dass ihre Krankenversicherung dann nicht mehr meine Behandlung hier übernimmt hier geht's nicht lang sehr nett und schön danke dafür das könnt ihr gleich mal vergessen was ist denn das hier was ist denn das hier oh shit ich öffne einfach die Tür wie gar nichts muss ich hier durch ok ok spielt wohl keine Rolle ah sehr schön ich hab jetzt schon wieder Hühnerhaut Gänsehaut Hühnerhaut was auch immer auf jeden Fall ist auf jeden Fall ist nicht schön hier zu sein ähh ich möchte kurz zurück gehen nochmal schauen ob ich da irgendwie was verpasst habe ok hier geht's nicht weiter dann muss ich wohl bei dem durch gehen oh ja gut wird immer besser lecker Einkauf von Mama lecker Einkauf von Mama oh wun geh das was 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 hier Das sieht nicht so aus. Schau dir mal seinen Kopf an. Den gibt's gar nicht mehr. Du hast seinen Kopf verschlungen. Du hast ihn explodieren lassen in der Mikrowelle. In der Kannibalenküche. Bitte nicht darum, bitte nicht darum, meinen Leichnern zu sehen, Lisa. Wenn ich sterbe, wenn du mit den Klagen durch bist, und du dieses Material aus den Händen von Murkhoffs Anwaltsarmee und angeheuerten Auftragsmördern losreißen kannst, dann lass sie dir nicht meinen Körper zeigen. Beerdige ihn. Oder verbrenne ihn. Lass meinen Söhnen sich an mich als Ganzes erinnern. Der Mann isst Menschenfleisch. Er sieht mich an und ich sehe Wut. Ein wenig Verlangen, aber mehr als alles andere Hunger. Lass sie dir nicht meinen Körper zeigen. Oh. 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 Ja. Der geilt sich wirklich daran auf. Ich hoffe jetzt mal nicht, der kommt irgendwie raus. Ich hab's doch keine Lust. Ich muss jetzt noch mal eine Stunde dieses scheiß Spiel spielen. Run, Forrest, run. Uh, uh. Wir brauchen einen scheiß Schlüssel. Wir brauchen einen Schlüssel. Das ist ja das Liebste, was ich hab. Was, 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 was? Uh, uh, uh. Bye, bye, Junge. Wohin? Weiß ich, ich hab das Spiel gespielt, aber ich hab keine Ahnung, wohin. Ich hab dieses ganze Zeug hier schon gespielt. Du hast ihm keine Ahnung. Hallo. Kannst du mich bitte in Ruhe lassen? Bye. Ach, come on. Sieht er mich überhaupt? Muss ich vielleicht dort lang, wo er hin, wo er nachher gekommen ist? Hier ist nichts. Kann ich hier überhaupt lang? Nee. Jetzt bin ich wieder am Anfang. Ich renne da einfach durch. Scheiß drauf. Keine Ahnung, wo er ist. Hier, hier, hier geht's hoch. Oh, 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 oh. Oh. Nimm die Batterie. Lass mich. Lass mich. No. Ja, dann hilf mir. Wieso redet er eigentlich Englisch? Ey, hau doch ab. Verpiss dich. Äh, da rennt jemand. Schlüssel. Oh, 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 oh. Ich hab's keine Tür. Oh, oh. Was machst du hier? Wieso du? Ich muss zurückrennen. Ich hab's nicht. Was? Was passiert hier? Ich hab... Alter. Äh. Hier lang, oder? Oh. Ich glaub, dort geht's hoch, oder? Run, Forest. Mach die Scheiße. Tür auf. Geh durch. Schliesschen. 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 Wo willst du hin? Kommst du nicht raus? Es ist dir klar, hoffentlich. Gibt es hier irgendwas? Also gar nichts. Danke für gar nichts. Danke für dich. Even when you think you understand what's happening here, you're only gonna be halfway down the rabbit hole. It's always been the case that whoever's holding the money gets to see what the truth like. What happens when all the money's gone? It's faith. Money is a matter of faith. That's what I'm here for. To make you believe. Money is a matter of faith. Money is a matter of faith. You're a matter of faith.